ja hallo freunde herzlich willkommen bei metal gear online wir spielen noch einmal eine runde com control jetzt sind wir hier die angreifer wir holen uns jetzt die anderen punkte so der a punkt am bauch bleibt im moment nur noch c ja die freunde aus der letzten sitzung die da sind dann wieder vier leute rausgegangen und dann war das matchmaking am ende dann ziemlich mies da war es sogar so also vom level her nicht ganz ausgeglichen und dann waren dann auch halb drei ging zwar ich war halt in dem dreier team später ist dann auch noch der eine ausgestiegen das war fand ich jetzt auch ein bisschen doof dann habe ich mich dann da auch ausgeklinkt das muss dann doch schon so ein bisschen fair sein und drei gegen ein nicht so ganz so naja eigentlich wollte ich jetzt auch sowieso kommt das auch gelegen dass wir jetzt vielleicht nur eine halbe sitzung machen dann kann ich euch gleich noch mal so ein paar neue sachen noch mal zeigen die ich bekommen habe ach da war der ok und dann war es das gucken wir mal gleich erstmal hätte ich einen point nehmen sollen gucken wir mal ja wenn das auch nicht hin hat wenn jetzt noch mal zwei runden hier kommen ich weiß jetzt kann jetzt leider nicht warte runde 1 ist okay wir haben also wieder glück gehabt und haben komplette spiel erwischt ja dann würde ich sagen dann machen wir dann die hier die hin und rückrunde nach und wird jetzt noch mal ja gut den haben wir gesichert super wunderbar wunderbar dann bleibt jetzt nur noch c näher aber das stört mich auch hier manchmal dass zum beispiel mit dem post wenn der das spiel verlässt dann muss das ganze dann wird die ganze runde schon mal beendet und muss noch mal von vorne gestartet werden egal wie der punktestand war und so also das finde ich doof oder auch ja gut mit der sitzung das hängt halt davon hey wir haben gewonnen geil das hängt auch immer so davon ab ich weiß jetzt auch nicht was so das kriterium immer ist warum ist man weil man da jetzt vielleicht wie gesagt vom level zu hoch ist oder warum auch immer das kann ich jetzt auch nicht mehr so nicht so sagen warum kommen wir mal die hier nehmen wir mal die hier also kann ich jetzt auch nicht so genau sagen aber sonst ja und das matchmaking finde ich hier doof natürlich wenn dann auf einem gegnerischen team nur ein gegner ist und man zu dritt ist und ein team dann ist ja auch doof naja ist ja auch und 400 ist auch für euch denke ich mal langweilig dann will ich euch dann natürlich dann auch da nicht zeigen denke ich mir ist ja auch doof so jetzt ist hier die punkte verteidigen kann man scheiß ich habe eigentlich auf a welch mal so schlecht oder b b ja also so ein paar sachen muss ich sagen finde ich hier noch so ein bisschen so was matchmaking und so angeht halb doof hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können aber gut ja mein ziel ist das jetzt eigentlich hier level hier zu gewinnen die runde und dann je nachdem wie viel zeit wir noch haben dann würde ich euch noch ein bisschen hier die neuen sachen zeigen die wir da jetzt haben bekommen haben auch schon und dann würde ich dann in der nächsten folge wenn das so klappt wie ich mir vorstelle oh verdammt verdammt nein 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 ja leider habe ich gehabt ja wenn das so klappt wie ich mir vorstelle würde ich dann gerne dann in der nächsten folge den infiltrator den eindringling erstellen erstellen der hat den glaube ich erwischt nein ach ich und umzingelt nach higen verdammt verdammt wir sind hier gerade so am ablösen wollen jetzt natürlich den punkt b verteidigen und da habe ich mich jetzt mit der kamera ein bisschen doof angestellte verdammt gut haben war ich versuche von der anderen seite an b heranzukommen gucken wir mal ja ich wollte euch mal so fragen die leute die jetzt hier zu gucken habt ihr eigentlich alle metal gear teile schon durchgespielt habt wenn ja was ist euer favorite oder so auch die leute die jetzt noch nicht alle teile durch haben habt ihr da so einen favoriten soll lieblingsteil oder was auch eine interessante frage ist vorher waren ja war ja mittel die ja nicht open world wie findet ihr den schritt jetzt den mann in teil 5 gegangen bin gegangen ist es hat jetzt gut oder schlecht und war ja dringend notwendig oder war doch so gut wie es war verteidigt jetzt noch mal zäh ja also ich persönlich fand das ist eigentlich nur gar nicht mal so eine schlechte idee gewesen mal hier mit hier in richtung open world zu bringen ist ein interessantes erlebnis und das hat was also drei setze nicht dass die anderen schlecht sind die anderen spiele aber ist man ein bisschen was anders hat uns ein bisschen frischen wind in die serie gebracht hier war mal zu b aber ich denke mal wir haben zeitlich gesehen eigentlich gar nicht mal so scheiße denke ich mal das läuft so ganz gut haben wir verloren gucken wir mal jetzt ja aber ich denke mal so zeitlich haben wir das eigentlich gar verdammt hatte mich irgendwie bekommen ich dachte jetzt schnell noch ausnutzen solange wir den punkt waren hat mich wohl doch irgendwie bekommen verdammt deine nach verdammt der hatte richtig mit mir gerechnet ja es tut mir leid für mein nicht feierliches gegen blick na aber wie gesagt das ist soll jetzt nicht mit er soll jetzt keine skill präsentation sein oder so sondern soll bis er so das vorfangen so so scheiß gefunden schon wieder der gleiche hätte ich verdammt man 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 das war auch der der hier uns wo wir das immer von dieser seite besucht haben wir uns das alles so schwer gemacht hat das war der glaube ich auch naja egal wobei die haben auch nicht also den hat aber auch echt nicht viel gefehlt zum siegen er hat echt nicht viel gefehlt war verdammt aber gut wir haben beide runden gewonnen ja und ich glaube wir haben ein bisschen zeit da kann ich optimal wie ich mir das vorgestellt habe wie das geplant war kann ich dann jetzt hier die ausrüstung zeigen und die neue die wir bekommen haben perfekt ja und das war eigentlich auch so im großen ganzen eigentlich kein so schlechtes ergebnis fand ich beide runden gewonnen ja und wie gesagt dann zeige ich jetzt ein bisschen noch mal was wir neues haben und ich denke mal in der nächsten folge erstellen wir dann den eindringling dann gucken wir mal also anpassen so klamotten technisch ok lustig bei dem sperr level 7 hier level 11 na gut so klamotten technisch ja so wie wir aussehen was ja wir können uns hier nun das ein oder andere mehr kaufen aber ich ist nichts neues ok hier ist genau das gleiche nichts neues aber wir können die sachen alle kaufen super hier ist auch nichts neues und hier bei den hilfsmitteln auch nichts ok aber bei den waffen denke ich mal oh ja da haben wir ein pb schielt eigentlich müsste ich euch noch mal eine folge zeigen mit dem schild ja also das ist halt so man hat so hauptsächlich dort schild aber wenn man wechselt dann kann man so eine zweite waffe dann also man nimmt dann die nebenwaffe wenn man blockt also man wird dann rum mit dem schild wenn man dann auf l1 drückt dann hat man das schild das hält man sich davor und dann kommt dann die nebenwaffe ich nehme mal hier die macht 37 und der kann man dann schießen mündungsbremse treffgenauigkeit ich glaube das ist beides so im endeffekt hat von der leistung was ihr das beides das gleiche er ist eigentlich egal was wir glaube ich daneben hier gibt es c4 ja ich muss man sich mal überlegen wo das mit dem c4 passt am besten irgendwo so wenn man so eine comm station hat zum beispiel dass man das da in der nähe platziert und wenn der gegner dann kommt da liegt man sich dann da legen sie erst mal verlor in der nähe und wenn der gegner dann kommt dann ja hier haben wir nichts neues und hier bei den fähigkeiten explosiv 2 war das glaube ich über lange durch weil von denen haben wir nur ach genau tank 2 verringerte explosion schaden verringerte schaden durch betäubung oder betäubung munition das ist natürlich auch eine sache wo man ja die ist auch nicht schlecht also ja bin ich mal ja ich weiß jetzt aber nicht was ich hier vornehmen soll naja aber gut ich denke mal ich lasse das mal so mit dem schild jetzt hier so ich denke mal wir haben jetzt genug mit dem kämpfer gespielt und in der nächsten folge machen wir jetzt erstmal uns den eindringling damit machen wir so ein bisschen wieder was anderes hat so ein bisschen abwechslung und dann können wir mal gucken ich denke habe auch sowieso vor später dann wenn wir dann alle drei charaktere dann so fertig haben immer so ein bisschen zwischen den zu switchen dann mal wieder auch den spieler so ein bisschen weiter zu machen das hat er hier für waffen ja also da denke ich mal haben wir auch noch einiges für uns machen können ja gut dann freut es mich dass ihr wieder mit dabei war ich hoffe ihr habt spaß und freue mich schon auf das nächste mal tschüss